So Freunde, noch 300 Meter bis zum Strand und der kürzeste Weg ist die Fußgängerzone. Entschuldigung! Schöne Luftmatratze. Entschuldigung! Zum Meer. Immer geradeaus. Ja, danke! Aber ein Boxenstopp ist wohl drin. Gibt's hier Eis? Hups, Entschuldigung! Haha! Endlich! Mit der Schweife bis ans Meer! Ganz ans Meer! Geil ist das denn, bitte! Na dann mal sehen, was hier noch so geht. Oh oh, das hört sich gar nicht gut an. Ah fuck, jetzt ist diese Scheißhörer auch noch kaputt. Gibt schlimmere Worte. Ist hier irgendjemand Mechaniker? Ja, was mache ich jetzt? Scheißteil! Sind Sie Mechaniker? Nein. Trotzdem Glückwunsch! Dankeschön! Mechaniker! Hallo! Nee, jeder schaut mich an. Keiner will mir helfen. Entschuldigung! Könnt ihr mir helfen? Seid ihr Mechaniker? Ohne Scheiß! Da geht das Gaspedal nicht. Ja, genau. Ja. Da ist alles aus. Wo kommt's hier? Stütz? Motoröl? Da muss ich den Finger abschrauben! Ich muss den Finger abschrauben! Da muss ich den abziehen! Ich hab halt überhaupt keine Ahnung von Technik. Oh Gott! Wo kommst du denn her? Aus München. Ach so, da wüsste gar kein Aussie. Ne! Haha! Hast du's repariert? Na ja, Ausgaben gewesen. Ey, vielen Dank. Hey, danke. Wie geil. See you, Burns. Ab ins nächste Abenteuer. Yes! Oh man, und in der nächsten Folge gibt's ordentlich Ärger. Verkehrsverbot gefahrt von der aller Art. Au!